...überzeugen, kurz der Jüdische hat ihn überzeugt und das Volk ist jüdisch geworden. Die Kasaren haben existiert als Juden zwischen den Jahren 800 und 1200 und haben in diesen 400 Jahren jede Menge Kriege geführt. Einerseits gegen die Russen im Norden und andererseits gegen die Moslems und Araber im Süden und haben eigentlich Europa vor der Invasion der Araber gerettet. Das wissen wenige, aber so war es. Und es gibt über die Kasaren in der jüdischen Literatur wenig, aber sehr viel in der arabischen Literatur und sehr viel in der russischen Literatur. Und irgendwann nach 400 Jahren Krieg, nach allen Seiten, sind sie, wie man so schön in der jüdischen Jargon sagt, aufgerieben worden. Sie konnten nicht mehr und sind dann im russischen Volk aufgegangen und das ist eigentlich die Masse des Ostjudentums. Sie sind jüdisch geworden durch und durch, wie das eben bei Konvertiten ist. Konvertiten sind natürlich sicher als der Papst. Sie haben jüdische Namen, haben eine hebräische Sprache gelernt. Ihre Rabbiner waren strenger als die normalen jüdischen Rabbiner. Sie sind also durch und durch Juden geworden und sie bilden quasi die Hauptmasse des Ostjudentums. Und dann gab es ja noch ein großes spanisches Judentum. Woher kommt das denn? Ist das etwa mit den Röbern gekommen? Auch nicht. Das spanische Judentum entstand durch ein Berbervolk in Nordafrika mit einer Königin, die jüdisch geworden ist. Und dieses Berbervolk ist im Zuge der islamischen Eroberung und Expansion mit dem Heer der Moslems nach Andalusien vorgerückt. Und das ist das spanische Judentum. Also auch kein originär palästinensisches, althebräisches Judentum, sondern ein Berbervolk, was jüdisch geworden ist. Und aus diesen drei großen Konzeptionen ist natürlich die große Masse des kleinen jüdischen Volkes geworden. Dazu kommen natürlich noch, dass auch in Europa, muss man sagen, in den Jahren, im ersten, zweiten, dritten und vierten Jahrhundert nach Christus war das Judentum eine sehr beliebte Religion, eine sehr beliebte monotheistische Religion. Und es sind sehr viele Römer und Einwohner in den Kolonien der Römer Juden geworden, weil es populär war, weil es beliebt war. Und so sind da auch sehr viele Nicht-Juden Juden geworden. Und darüber gibt es Dokumente, Literatur, Erzählungen und alles Mögliche. Das hat natürlich rapide aufgehört. Als das Christen- und Staatsreligion geworden ist im vierten Jahrhundert und seitdem missioniert das Judentum nicht mehr. Aber da gab es schon eine Basis. Und darauf basiert quasi das Buch von Schlomo Sand. Und natürlich haben gewisse Leute dieses Buch nicht gemocht, weil es natürlich zumindest den Anspruch auf das Land Israel, Palästina, in Frage stellt. Weil es sagt, ihr seid Kasaren, ihr seid Berber, ihr seid Jemeniten. Wie kommt ihr dazu, jetzt nach Israel, auf Israel Anspruch zu stellen? Ihr habt da gar nicht diesen Anspruch. Während natürlich die ganze israelische Geschichtsschreibung, jüdische Geschichtsschreibung, und später die israelische Geschichtsschreibung sehr ideologisch und zionistisch beeinflusst war und später, als es in der Stadt Israel war, sowieso vom Staat interniert und darauf hingewiesen, dass man immer wieder darauf bestanden hat, die lineare Verbindung und Entwicklung des jüdischen Volkes vom Hasmoneerreich bis heute, das ist alles eine Linie, das sind alles unsere Vorväter. Und das ist eben nicht der Fall, das ist also für natürlich doktrinäre Zionisten eine Katastrophe und deswegen tut man alles, damit das Buch nicht erscheint. Und in Frankreich funktioniert es nicht, aber in Deutschland scheint man doch noch genug Macht zu haben, Verlege daran zu hindern, ein solches Buch zu verlegen. Was ich jetzt in Kürze erzählt habe, das sind die vier Kapitel des Buches. Das Buch hat aber im fünften Kapitel und im fünften Kapitel beschäftigt er sich eben mit der Gegenwart und mit der Identitätspolitik Israels und da, das ist ja eigentlich das Thema meines Vortrags und dazu will ich jetzt einiges sagen. Im Jahre 1947 beschloss die UN-Vollversammlung mit einer Mehrheit der Stimmen die Gründung eines Judenstaates und eines Araberstaates in der Region, die vorher Palästina oder Erd-Israel gießt. Die hartnäckige Ablehnung der arabischen Staaten, die UN-Teilung anzuerkennen und der Angriff des jugendjüdischen Staates sorgten tatsächlich für seine Gründung. Von den etwa 900.000 Palästinenser, die in Israel und weiteren Gebieten, die es sich dank des militärischen Sieges einfallert hatte, blieben am Ende flohen 730.000 und es blieben nur 170.000. Die Zahl der Palästinenser, die geflohen sind, war höher als die Gesamtzahl der Juden, die damals dort lebten, 640.000. Wobei gegenüber diesen 640.000 Juden, die 48.000 da lebten, muss man zum Beispiel eine andere Zahl stellen, vor dem Ersten Weltkrieg lebten in Israel 50.000, 60.000 Juden nicht mehr. Und zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg kam natürlich die massive Einwanderung, woran Deutschland nicht unschuldig ist, sondern beträchtlich durch die Verfolgung der Juden geholfen hat. Die ethnische Teilsäuberung hat ja die Identitätsprobleme in der neuen Stadt jedoch nicht gelöst. Ja, es ging, wie gesagt, 170.000 Arger und viele Flüchtlinge aus Europa brachten auch ihre nichtmüdischen Ehepartner ins Land. Israel versprach in seiner Gründungsrolle all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und politische Gleichberechtigung, wie auch Freiheit der Religion, des Gewissens, der Sprache und Erziehung und Kultur. Jede umfangreichere Gruppe von Menschen, die sich als Volk betrachten, auch wenn sie niemals ein Volk waren und ihre Vergangenheit völlig erfunden ist, bleibt das Recht zur eigenen Selbstbestimmung. Es ist bekannt, dass jeder Versuch einer Gruppe von Menschen das Recht auf Selbstbestimmung zu entziehen, nur ihr Bestreben nach Souveränität stärkt und es schärft auch ihre kollektive Identität. Natürlich heißt es doch nicht, dass irgendeine Gruppe, die sich als Volk sieht, das Recht hat, eine andere Gruppe aus ihrem Land zu verdrängen, wenn sie ihr eigenes Recht auf Selbstbestimmung zu verwirklichen versucht. Aber genau das passierte in Palästina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Wahl des offiziellen Mahlens für den neuen Staat und die Debatte, die dabei entstand, bieten einen Einblick in die Kameraskur der jüdischen Auferstehung. Das alte Königreich Israel aus dem Hause Omri hatte, wie man weiß, in der religiösen Tradition keinen besonders guten Ruf. Es gab ja, wer sich in der Bibel auskennt, die Staaten Judah und Israel und die Könige von Judah waren alle aus dem Hause David und die Könige von Israel wechselten immer. Zum Schluss waren es die aus dem Hause Omri. Und natürlich in der jüdischen Tradition hat der Staat Israel keinen besonders guten Ruf. Man beruft sich eher auf den Staat Judah, nämlich auf König David und auf die Tradition des Hauses David. Das alte Königreich Israel aus dem Ort, wie gesagt, hatte keinen guten Ruf. Bedenken gab es auch in Bezug auf den Namen Staat Israel, da ein Staat Judäer, der direkte Erbe des Könighauses Davids und des Königreiches der Asmonea, sowie der mögliche Stadt Zion.